Hidden Champions feiern ihre Erfolge im Verborgenen. Sie erzeugen Produkte, die aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken sind. Produkte, die einen Airbus, einen BMW, einen Becher Eiskaffee und einen DNS-Analysekoffer mit einem einzigen Namen verbinden. Willkommen beim Spezialisten für Kunststoff, Schaumstoff, Werkzeug und Maschinenbau sowie erneuerbare Energie. Willkommen bei Greiner. Entdecken Sie eine einzigartige Unternehmensgruppe, deren Sparten weltweit tätig sind und zu den Leitbetrieben Ihrer Branche gehören. Entdecken Sie Greiner. Lösungen für Verpackungen, Biotechnologie und Diagnostik, Schaumstoff, Innovationen und Profilextrusion. Und Sie finden uns nun beinahe überall. Alles begann 1868 mit Kork. Mitte des 20. Jahrhunderts zählten wir zu den ersten, die sich in die Bereiche Schaum und Kunststoff vorwagten. Seither sind wir Technologieführer und verwandeln reines Granulat in innovative Produkte. Und wir wachsen weiter. Weltweit. Mit der Erfindung des Vakuum-Blutentnahme-Röhrchens aus Kunststoff schlugen wir ein ganz neues Kapitel auf. Heute gehören wir zu den Weltmarktführern in den Bereichen Bioscience, Diagnostik, Pharma- und Medizintechnik und bewegen uns dabei immer im technologischen Spitzenfeld. Die weiche Welt des Schaumstoffs. Wir gehören zu den erfolgreichsten Produzenten für Polyurethan-Weichschaumstoff in Europa. Dabei setzen wir auf lokale Präsenz, Innovation und stets erstklassige Qualität. Unsere Schaumstoffe finden Sie beinahe überall. In der Matratze, auf der Sie schlafen, in der schwer brennbaren Kinobestuhlung und sogar im Inneren von Flugzeugen und Autos der Premium-Klasse. Es sind unsere Mitarbeiter, auf denen unser Erfolg basiert. Mit Ihrem Engagement, Ihrer Kompetenz und Ihrem außerordentlichen Können haben Sie das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Schon unseren Lehrlingen bringen wir mehr als nur ein Handwerk bei. Wir vermitteln Ihnen darüber hinaus soziale Fähigkeiten und Kreativität. Mit der Greiner Academy bieten wir unseren Mitarbeitern ein breites Spektrum an Schulungen für eine individuelle Weiterbildung auf höchstem Niveau. So können wir gemeinsam wachsen. Ganz egal in welchem Alter. Als Familienbetrieb mit sozialer Verantwortung ist eine Krabbelstube im Headquarter für uns eine Selbstverständlichkeit. Manchmal wird unser Management durch einen Kurzbesuch der jüngsten Mitglieder des Greiner Teams überrascht, während neue Ideen für zukünftige Märkte diskutiert werden. Wir sind Weltmarktführer bei Werkzeugen, Maschinen und Gesamtanlagen für die Extrusion von Fensterprofilen. In unseren innovativen Technikumsbetrieben stellen wir sicher, dass unsere Kunden perfekt abgestimmte Werkzeuge bekommen. Bereit zum sofortigen Produktionsbeginn und das weltweit. Kaufentscheidungen werden zu einem grossen Teil durch die Verpackung eines Produktes beeinflusst. Wir schaffen für sie den einzigartigen Verpackungsvorteil. Wir begleiten sie kompetent und verlässlich von der Idee bis zur fertigen Verpackung und setzen dabei modernste Technologien ein. Sie ermöglichen einzigartige Lösungen in Design, Funktion, Material und Dekoration. Gemeinsam mit ihnen schaffen wir echte Innovationen. Und die Zukunft entdecken wir sie gemeinsam. Mit ihren Anforderungen, unserem Know-how und unserer Begeisterung. Neue Lösungen und Designs für morgen, schon heute. Von uns, Greiner.